Guten Morgen, liebe Gemeindeglieder und liebe Nachbarinnen und Nachbarn unseres zukünftigen Erlöserquartiers. Wir sitzen hier auf der letzten Bank der Erlöserkirche mit meinem Kollegen und meiner Kollegin und eigentlich hatten wir vor, Sie herzlich einzuladen zu einem Frühstück hier auf unserem Vorplatz der Kirche, denn wir möchten Ihnen gerne erzählen, dass es jetzt bald losgehen wird und wir bald Ihre Nachbarinnen und Nachbarn wieder werden. Wir wollen uns jetzt schon entschuldigen für die Geräuschkulisse, die wir Ihnen dann zumuten werden in den letzten Monaten. Aber wir hoffen, wir können Sie entschädigen dann im nächsten Jahr, wenn wir hier mit acht Wohnungen einer Kindertagesstätte und einem wunderschönen Kirchraum, den wir nicht nur für unsere Kirchengemeinde bauen, sondern für Sie auch als Nachbarinnen und Nachbarn in unserem Veedel. Und wir hoffen, dass Sie die Stille genießen werden, Musik, Gottesdienste besuchen und natürlich wollen wir auch miteinander feiern und Frühstücke haben hier auf diesem schönen Vorplatz. Und wir hoffen, dass wir wenigstens ein Stückchen auch Ihre Lieblingsnachbarinnen und Nachbarn werden. Ja, echt schade, dass Sie nicht hier bei uns sitzen können und wir zusammen frühstücken, denn es ist gemütlich, das Wetter ist klasse und es ist einfach jetzt mal gut Atem zu holen, mal einen Moment zur Ruhe zu kommen nach immerhin über acht Jahren intensiver Planung des neuen Erlöserkirchenzentrums. Und wir haben viele Aufs und Abs erlebt. Jetzt sitzen wir hier voller Erwartung. Die Baugenehmigung ist da, alle anderen Genehmigungen auch. Und nächsten Montag am 27. April wird die Baustelle eingerichtet und dann geht's los. Und darauf freuen wir uns und sind ganz gespannt. So, ich nehme Sie jetzt mal mit in die Kirche und dann gucken wir uns mal an, wie es da drinnen jetzt aussieht und was wir alles noch vorhaben. So, wir gucken erst mal auf unsere Kirchenfenster. Die Medaillons sind ausgebaut worden gestern. Die werden neu in das nächste Fenster integriert, in unserer neuen Kirche. Dann steht hier noch der Tafstein, der wird aber auch abgeholt und bleibt dann so lange in unserer Philipp-Nikolai-Kirche und wird in der neuen Erlöserkirche wieder einen Platz finden. Die Orgel ist ausgebaut und ist jetzt in Berlin. Er klingt dort bald wieder. Die Orgel aus der Philipp-Nikolai-Kirche werden wir mitnehmen in die neue Erlöserkirche. Der Grundstein der Erlöserkirche ist ausgebaut und er wird in der neuen Erlöserkirche wieder einen Platz finden. Ja, diese traurige Kirche, die verlassen wir jetzt und wir freuen uns darauf, bald eine schöne neue Erlöserkirche zu haben. Und wir freuen uns, wenn sie dann zu uns kommen und wir sie dort begrüßen dürfen.